moin moin ihr ringfreaks es wird mal wieder zeit für ein neues video ich hoffe euch allen geht es gut ihr seid alle gesund ich melde mich direkt mal aus dem auto ich hoffe der sound der kamera fängt das auch wunderbar ein und zwar bin ich wie soll es auch anders sein natürlich auf weg zu bringen heute ist freitag ich bin das ganze wochenende da mit freunden von mir und wir verbringen eine geile zeit und da habe ich mir gedacht da nehme ich euch einfach mal mit weil dieses wochenende gibt es sehr viel zu sehen tatsächlich heute am freitagabend ist noch das training ich hoffe oder das freie training von der vln morgen und nls entschuldigung für mich bleibt wahrscheinlich immer vln und da werde ich mal gucken ob ich den neuen m4 gt3 schon einfangen kann weil heute ist das erste rennen wo der m4 gt3 tatsächlich vorgestellt wird beziehungsweise wo dort auf der nordschleife mitgefahren wird bis auf den test halt natürlich und gleichzeitig ist natürlich auch noch der m6 gt3 unterwegs und somit haben wir dann den direkten vergleich zwischen den beiden autos was sound betrifft was optik betrifft und alles mögliche ich hoffe das kann ich für euch sehr gut einfangen ich bin selber extrem gespannt wie sich der m4 gt3 anhören wird und wie er aussehen wird weil er ist ja vom grundsatz her länger als der m6 gt3 ich glaube nur acht zentimeter aber der m6 war halt schon ein biest wenn ich mir jetzt vorstelle m4 der eigentlich kürzer ist ist aber noch mal länger also das muss ja eine wucht sein also ich bin auf jeden fall mal gespannt das ist auf jeden fall der plan wir werden noch lecker was essen gehen wir werden euch mitnehmen egal wo wir hingehen wir werden immer irgendwie euch mitnehmen am sonntag sind dann noch touristenfahrten wo wir selber noch ein paar runden fahren werden ich werde 23 runden fahren vielleicht noch ein paar kollegen da werdet ihr überall mit dabei sein und ich hoffe ihr habt bock drauf genauso wie ich bock drauf habe und da melde ich mich gleich wenn ich was halt gleich ich habe noch bestimmt noch eine stunde stunde fahrt vor mir welche mich gleich wenn ich dann da bin so dass immer dann endlich da ich habe schon eingecheckt habe mir schon die schlüssel geholt wie ihr seht klein aber fein aber ist alles da was man braucht kleinen fernseher kleine stuhl kleine garderobe quasi wir haben doppelzimmer gebucht er zu zweit hier drin dann frische handtücher alles wie es sein soll kleines badezimmer kleines klo kleine dusche mehr brauchst du doch gar nicht mehr brauchst du doch gar nicht aber das eigentliche was der burner ist und das zeige ich euch jetzt direkt es ist halt einfach direkt neben der nürburg moment hier ist hier raus geht es hier durch die dann stehst du auf dem vorplatz da ist auch das restaurant zur nürburg wieder zu dann bist du einfach seht ihr das da oben einfach direkt nebenan heißt von hier kann man wirklich alles perfekt zu fuß erreichen egal ob es essen ist egal ob die strecke ist egal ob es irgendwas ist und ohne frühstück kostet das ganze jetzt 40 euro ungefähr 40 euro die nacht und da kann absolut nichts sagen also ich kann es wirklich nur empfehlen wer eine gute übernachtungsmöglichkeit braucht ist ja bestens aufgehoben und ich melde mich gleich definitiv wenn der moritz dann da ist wenn wir gleich irgendwie was essen gehen oder zur strecke gehen und das ist der erste eindruck aus diesem wunderbaren kleinen zimmer ich bin jetzt auf dem weg zur strecke direkt außer puste hier und zwar zur neuen sabine schmitz kurse um genauer zu sein moritz und nicki und die anderen schaffen das wahrscheinlich nicht pünktlich deswegen habe ich mich jetzt erstmal auf den weg gemacht alleine weil die müssen heute arbeiten ich habe heute beziehungsweise schon seit ein paar tagen urlaub deshalb ist das gut und deswegen gehe ich jetzt erst mal alleine los und schaue erstmal was ich da so für euch einfangen kann moritz und nicht stoßen dann später dazu aber erstmal ist das eine expedition für mich alleine und ich glaube wenn ich oben bin brauche ich erstmal ein sauerstoffzelt also ich habe es gerade leider nicht geschafft den m4 einzufangen dann ist er nicht aber das ist also das ist ganz eine ganz andere geschichte also das ist nicht mehr von diesem planeten das ist geistesgestört also ich dachte wirklich dass an den m6 nichts rankommen wird aber so soundtechnisch und optik von vorne auch ja die nieren kann man sich jetzt über schreiten aber also das auto ist eine 1 plus sage ich euch wie das ich werde gleich mal gucken ob ich dann einfangen kann das ist immer der ist so schnell weg bis dahin habe ich nicht veroffelt gedrückt gib mir ein paar minuten auf dem weg zurück also ich weiß seit anderthalb jahren glaube ich nicht bei mehr beim nls oder vln renn man merkt hat schon dass die kondition fehlt und fitnessstudios haben zu aber da soll keine ausrede sein ich bleib dabei der m4 gt3 ihr habt ihn ja jetzt selber gehört und selber gesehen in der kurz in kurzen sequenzen also ich finde den echt extrem krass auch vom sound her und von der optik her ist das schon echt schön ich gehe jetzt mal zurück weil die jungs müssen mittlerweile mal angekommen sein eigentlich ich werde jetzt gleich mal anrufen und dann werden wir mal sehen wie es weitergeht auf jeden fall haben heute für 20 uhr und tisch reserviert im restaurant zur nürburgr wo ich auch noch nie war da bin ich mal sehr gespannt was war zu essen holen und ansonsten werden wir es einfach mal genießen würde ich sagen so die jungen sind jetzt da die sind gerade direkt in ihr zimmer gegangen sich mal eben umziehen aber wir gucken mal eben nach am rechten die sind nämlich direkt ein zimmer weiter zwei ich hoffe jetzt hier angezogen wir haben euch doch noch gar nicht gezeigt hier guck mal wir haben aber ganz ja wir haben wir ganz ja wir haben wir ganz ja wir haben wir ganz ja wir haben ganz ja wir haben wir ganz ja wir haben wir ganz ja wir haben ja der ist auf dem klo gerade den anderen schlawiner holen wir jetzt mal vom auto ab und dann gehen wir gleich mal lecker aber ich habe keinen schlüssel da ist der andere ganz schwer bepackt und gleich gehen wir schön einmal da drüben ein bisschen lecker denieren was denieren wir heute schnitzel kennst du hast dich schon festgelegt perfekt machen wir machen auch wenn moritz nach ketchup mario fragt was man eigentlich nicht tut wir sind alle hier im schnitzel versorgt er da hinten er hat ein bisschen angst vor der kamera lecker und da kommt ketchup mario bist du zufrieden wunderbar so ich hoffe man sieht mich einigermaßen im hintergrund seht ihr es der tüftauer wir haben schön lecker gegessen wir gehen jetzt noch eine runde spazieren einmal mit den jungen und dann ist tag eins für heute beendet tag zwei kommt morgen mit rennen und übermorgen touristenfahrten erst mal ein paar runden ballern schlaf gut bleibt gesund